so und eine weitere folge von mobile monday heute wieder abkürzungen und habe diesmal von von seite server-seite und nicht mehr client-seite wieder mit mir der mann der abkürzungen den wit heute sprechen wir über emm mdm und uem denn hallo ja jetzt haben wir du hast schon gesagt die server seite wir haben ja letztens mal darüber gesprochen dass welche einsatzszenarien wir auf den geräten haben welche möglichkeiten haben und wir haben gar nicht darüber gesprochen wer macht das denn alles möglich und was wollen wir heute und das hat angefangen damals mit der ersten abkürzung mdm mobile device management die meisten kennen das heutzutage immer noch von microsoft exchange also salopp gesagt der e mail server weil der konnte das auch schon und zwar konnte er sagen okay dieses gerät zum beispiel die hardware die kenne ich gar nicht also kommst du erstmal in quarantäne der atmen muss entweder händisch oder mit einem system automatisch das gerät aus der quarantäne rausholen weil es bekannt war und der user war bekannt das ist aber so ein mdm light weil der exchange konnte eigentlich nie wirklich verifizieren ist das wirklich das gerät und so kam halt dann nicht nur aus diesem grund sondern aus vielen weiteren gründen um halt wirklich geräte oder daten auch mobil abzusichern die mdm system mobile device management von mehreren herstellern ein paar waren führend sind immer noch führend ein paar wurden auch aufgekauft weil sie halt bestimmte ideen hatten und dieses mdm hat sich dann langsam gewandelt zu einem emm enterprise mobility management oder mobile management im grunde genommen dasselbe dasselbe auch ist uem unified endpoint manager aber da sagt schon der name da ist es nicht mehr so dass ich nur rein smartphones verwalten kann sondern auch things of internet also smart devices sei es ein fernseher eines smartglas irgendwelche aktuatoren sensoren die schauen ist da vielleicht zb in einem großen möbelhaus die automatische tür ausgefallen oder die rolltreppe oder haben wir irgendwo wasser das austritt das kann man alles zentral verwalten damit ich weiß welche geräte habe ich wie werden diese geräte eingesetzt und c kann sicherstellen dass meine daten ja mir gehören auch bei mir bleiben und nicht an externe unbedingt rausgegeben werden und dass ich das halt wirklich selber abbilden kann ich habe gerade schon gesagt es gibt mehrere hersteller und da kommt es einfach nur darauf an im grunde genommen arbeiten sie alle identisch aber sie haben einen anderen verwaltungsansatz also verwalte ich eher meine user und hängen dann die geräte an diesen user dran oder verwalte ich rein nur die geräte und die bekommen dann ein einen user zugeteilt es gibt auch unterschiede dazu wie verbindet man sich also zum beispiel sind nur eingehende verbindungen erlaubt oder ausgehende oder beides also von außen vom internet in meine infrastruktur in das herzstück und es gibt auch zum beispiel systeme die direkt ein e mail gateway haben das heißt ich kann zum beispiel einstellen dass anhänge an e mails an mobile devices direkt ausgeschlossen werden von der übertragung und die werden dann zentral auf dem server abgelegt und ich habe dann wenn ich es möchte kann ich sie halt manuell zum beispiel nur herunterladen oder ich kann auch sagen das gerät ist jetzt zum beispiel am flughafen viele leute eventuell auch noch mit dem hotspot verbunden wenn ich es nicht unterbunden habe da möchte ich nicht unbedingt dass da irgendwelche daten verschickt werden ja und das sollte man dann einfach angucken was brauche ich was möchte ich und diese lösung sollte man sich dann raus holen es gibt auch anbieter die halt rein in der cloud sind oder ihre on-prem also ihre inhouse installation auch in der cloud anbieten da ist zum beispiel im falle von android kannst du zum beispiel direkt bei google das nutzen oder auch nokia bindet bietet eine eigene cloud lösung an für ein reines mobile device management gut das heißt eigentlich zusammengefasst für den zuschauer wir haben drei begriffe emm enterprise mobility management mdm mobile device management und uem und emm und mdm ist eigentlich ziemlich ähnlich uem ist auch ein mdm sondern aber kann noch viel mehr weil mehr geräte weil es ist ein unified endpoint manager mehr geräte damit verwaltet werden können übrigens auch laptops können je nachdem mit dem uem verwaltet werden das heißt die evolution ist eigentlich so gelaufen dass man von rein nur mobile device management jetzt auf eine viel holistische ansicht gewechselt hat wo man eigentlich alles managen möchte managen kann genau die die evolution ist ja noch gar nicht fertig wir sind ja mittendrin dass wir jetzt den us haben unified endpoint security das heißt man holt sich halt auch komponenten heraus oder herein in das eigene produkt klassischen antiviren lösung mal überlösung aber auch zero trust was heißt es wird auch zu keiner zeit einem user einem gerät oder einer verbindung vertraut sondern es muss sich ständig authentifiziert werden und das in kombination mit einem uem das heißt einer verwaltung der geräte ist du auf einem sehr guten weg dass du wirklich deine daten deine services wirklich schützen kannst und agieren kannst fantastisch ich sehe dass wir das gar nicht aufgebracht haben aber wenn wir schon dabei sind können wir auch noch eine weitere abkürzung mitnehmen nämlich ein mobile application management was bedeutet das genau genau mm kennt man vielleicht auch früher von einer mom only aktivierung von geräten das wäre dann mobile application management das heißt man bringt auf geräten eine app heraus entweder auf einem privaten gerät oder auf einem company gerät meistens war es eigentlich ein privates gerät und aktiviert nur die app gegen meine services und habe dann nur die app in der verwaltung microsoft zum beispiel derzeit sieht das ganz gerne weil sie sagen naja wir haben doch unsere apps in jeder microsoft app ist auch der user agent drin und wir können darüber auch policies auf den user bringen wir brauchen das gerät gar nicht und deswegen ist kann man da auch ein mom only mit einer infrastruktur oder intune dann halt durchführen wobei ich aber dringend davon abrate weil man einfach auf einen riesen sicherheitsaspekt verzichtet man hat keine klare trennung zwischen persönlichen und geschäftlichen daten wenn man beides erlaubt auf einem gerät und man verzichtet auf sicherheitsfeatures die eventuell der hardware anbieter wie google pixel samsung oder apple einfach anbieten mit einer dedizierten hardware zur verschlüsselung und speicherung solcher geheimnisse perfekt ja ich meine genau schlussendlich würde man einfach sagen hey ich brauche vom unternehmen her nur e mail und kalender deshalb manager ich genau nur ich die e mail und kalender applikation aber ich bin eigentlich völlig bei dir da hat man noch viel zu viele punkte dann offen man möchte natürlich mehr kontrolle und und mehr sicherheit da perfekt cool wir haben jetzt emm mdm um und emm alles besprochen ich hoffe das konnte ein bisschen mehr klarheit in die welt der abkürzungen im mobile bereich bringen zu unseren zuschauer ja vielen dank fürs zuhören und bis zur nächsten folge vielen dank macht's gut ciao